Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Jens Mendenze-Huns. Kurz vor Ostern wollte ich mich noch mal bei euch melden mit der aktuellen Ausbaustufe der Auslaufvergrößerung. Ich hatte euch ja gezeigt, was ich da alles noch mit in den Auslauf reinnehmen will und jetzt gibt es einfach nur mal eine kleine Übersicht, wie weit ich hier gerade so bin. Ich hatte ja schon einen Haufen Kram in der Garage, ein paar Toren müssen wir noch bauen. Guckt es euch einfach an. Ich wünsche euch viel Spaß. So, heute bauen wir mal ein Tor. So, also da oben die beiden Ecken habe ich schon fertig. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich die drei Löcher nicht mittig gesetzt habe, also das mittlere Loch, weil diese Schablone mir das so vorgibt. Hätte man jetzt auch anders machen können. Aber, ja, bislang habe ich da gute Erfahrungen mitgemacht. Ich denke, das wird halten. Machen wir mal weiter. So, jetzt will ich euch das mal zeigen. So sieht das Gerät jetzt aus. Wie gesagt, mit den Verschraubungen, das weiß ich noch nicht so richtig, ob ich das so gut finde. Die Schraubenköpfe stehen ein bisschen raus, was natürlich auch dadurch kommt, dass es nicht sehr dickes Material ist. Die Schraube geht ja hier praktisch schräg durch, bis in dieses Holz hier unten so schräg rein. Ja, da kann ich jetzt mit leben. Ich habe das hier mal übergemessen und die Diagonalen, die sind jetzt auf beiden Seiten, jetzt soll ich den Zollschock gleich mal umdrehen, die sind jetzt auf beiden Seiten 1,80 Meter. Das heißt, dieses Ding ist jetzt tatsächlich rechtwinklig und alle Seiten sind gleich lang. Ja, das ist schön. Da kommt jetzt noch eine Querstrebe rein. Da werde ich die Kanten noch verstärken. Man muss sein Glück ja nicht provozieren. Da muss ja noch Draht drauf und dann ist das Türchen schon fertig. So, da steht es. Tor Nummer 1. Somit fertig und eine Erkenntnis weiter. Weil, ich zeige euch was. Guck mal, das sind jetzt die Querstreben zur Stabilität des Ganzen. Die sind jetzt wirklich schön versenkt, im Gegensatz zu denen. Und ich weiß jetzt auch warum. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Bislang habe ich immer alles mit diesem Ding hier gemacht. Das Spannste war die Schraubzwinge drauf und damit bin ich super gut klargekommen. Und das ist die etwas proletenhafte, größere Version. Ja, was heißt proletenhaft? Also es ist halt praktisch, dass man halt alles einspannen kann. Auf jeden Fall bin ich damit scheinbar noch nicht so gut unterwegs gewesen und deswegen sah das zum Teil nicht so gut aus. Mit der Materialstärke, das passt auch. Und hier kommt auch nichts raus. Und wenn man es weiß, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Weiter geht's. Nächstes Tor. So, hier vorne. Zwischen dem alten Pfosten und dem neuen Pfosten. Hier kommt der Tor rein. Habe ich mir so überlegt. Weil an dem eckigen Pfosten kann ich das Tor doch besser befestigen, als an dem Runden. Deswegen nehmen wir den gleich. Dann ist es trotzdem, denke ich mal, wenn wir jetzt die Holzpfosten verfolgen, bis nach vorne an der Wand. Ich denke, man ist doch schon ein schöner Kükenspielplatz. Nicht lange warten. Starten. Jetzt geht's hier weiter. Sodele. Einmal kurzen Zwischenstand. Also diese Reihe ist jetzt fertig. Bis hier vorne hin. Und hier muss ich den Geflügelzaun so ein bisschen umstecken hier. Und hier vorne habe ich auch schon mal ein bisschen angefangen. Bei diesen Pfosten. Das ärgert mich ja volles Brett. Da ist unten das Fundament von der Mauer. Und die letzten paar Zentimeter ist der mir sowas von abgegangen. Das hat jetzt mit gerade nichts mehr zu tun. Aber nicht zu ändern. Dann ist es jetzt so. So, von hier einmal quer rüber. Da kommt doch noch einer an die Hauswand. Und hier steht schon mal mein Törchen. Das habe ich immer vorgehalten. Um zu gucken, wie das ist mit dem Abstand und so. Jo. Morgen geht's weiter. So. 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 You. 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 Musik Sodele, heute wollen wir mal lustig weitermachen, mal so ein bisschen Gedöns hergeholt, wie sich das gehört, für eine fachliche Schrauberei, möchte ich es mal nennen. Viel Kram, viel Arbeit, heute scheint die Sonne, ich werde sie jetzt mal voll ausnutzen und los. So ihr Lieben, mit diesen Bildern verabschiede ich mich erst mal für heute, das ist jetzt der aktuelle Stand, ich wünsche euch frohe Osterfeiertage und viele bunte Eier, wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, euer Jens Mann. Bis zum nächsten Mal.